was der die gesamte klasse 2 fps ding dong ding dong Maxi wird gebeten sich umgehen ins Büro des Direktors zu begeben was hab ich jetzt gemacht ich will einfach nur raus Digga das ist ein Open World Spiel ich steig seit ner Scheißstunde in der verfickten Schule fest ich schwöre ich hab noch keinen richtigen Kampf gemacht ich spiel seit 2 Stunden